Das deutsche Wirtschaftsministerium hat momentan mit zahlreichen negativen Schlagzeilen zu kämpfen. So steht nicht nur der wirtschaftliche Abstieg Deutschlands im Fokus der Berichterstattung, sondern nun auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst. Enthüllungen der FAZ scheinen nun zu beweisen, dass der deutsche Atomausstieg nicht auf fachliche Expertise gegründet hat, sondern aus rein politischen Interessen vollzogen wurde. Wie nun aus einer veröffentlichten E-Mail hervorgeht, soll sich Habeck selbst für das rasche Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke eingesetzt haben. Entlassungen, Insolvenzen und die Abwanderung von Konzernen sind derzeit zentrale Themen in der deutschen Wirtschaft. Kürzlich wurde bekannt, dass bei Volkswagen bis zu 30.000 Arbeitsplätze auf der Kippe stehen. Nun sieht sich der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck zusätzlichen Vorwürfen gegenüber, vor allem in Bezug auf den Atomausstieg im Jahr 2023, der nun in einem Untersuchungsausschuss behandelt wird. Eigentlich hatten unpolitische Fachleute des grünen Umweltministeriums einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke über mehrere Jahre für vertretbar gehalten, solange die nukleare Sicherheit gewährleistet blieb. Doch Umweltstaatssekretär Stefan Tido änderte diesen Vermerk grundlegend. In einer neuen Version hieß es dann, dass eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke nicht vertretbar sei und aus Gründen der nuklearen Sicherheit abzulehnen sei. Dieser veränderte Vermerk gelangte anschließend ins Wirtschaftsministerium und bildete die Grundlage für den Beschluss zur Abschaltung der Atomkraftwerke. Noch im April 2024 beteuerte Habeck vor dem Energieausschuss des Bundestags, dass er den proatomaren Fachtext nicht gekannt habe. Sein Ministerium hält bis heute an dieser Darstellung fest. Allerdings soll der FAZ eine interne E-Mail vom 1. März 2022 vorliegen, die belegt, dass Habecks Büro selbst den Vermerk zur Kernenergie in Auftrag gegeben hat. Mit anderen Worten, das Ergebnis der Analyse schien bereits festzustehen, bevor die Prüfung überhaupt begann. Die Frage, ob Habeck, der stets behauptet hat, vorurteilsfrei und transparent geprüft zu haben, möglicherweise vor dem Energieausschuss des Bundestags gelogen hat, wird im Atomuntersuchungsausschuss des Bundestags geklärt. Es scheint, dass deutsche Ministerien zunehmend Schwierigkeiten haben, die Expertise von Fachleuten anzuerkennen. Ähnlich wie bei den Enthüllungen der RKI-Files scheinen politische Entscheidungen immer häufiger auf politischen Interessen zu basieren.